Was hast du gewinnt? Gewinne ich. Jetzt gewinnst du echt. Ich bin immer abwechselnd. Bis Anfang. Ja, 6. Manuel Mehlland. 7. Felix Platte. 1. Marcel Schuhl. 5. Patrick Pfeiffer. 32. Fabian Holland. 4. Viktor Pahlsson. Ich gewinne. 8. Schnelle. 9. Johannes Wurz. 19. Serdar Dursin. 21. Höni. Jetzt fühlt es eng. Jetzt fühlt es eng bei mir. Bin ich gut in dem Spiel. 31. Strelle. 18. Höni. Pek 14. Eric 40. 18. Muss auch schön überlegen. Skake 27. 20. 20. Ja, genau. Sila 36. Tobi 11. Boah, Scheiße. Boah, Scheiße. Der war einfach. Ist jetzt auch eng bei mir. Hm? Ich muss jetzt auch schon überlegen. Boah, ich weiß jetzt nichts mehr. Matze 13. Nein. Was hat der? 30 nicht. Na gut. Sind wir raus, ja? Hermi hatten wir schon. Ja, aber nicht. 37. Das ist zu viel bei Transfermarkt. Das ist gut. Gut. Ich hab gewonnen.